Musik Um eine Adobe Connect Sitzung zu halten, mieten Sie den Raum 3.33. Genauere Informationen zur Vermietung von Adobe Connect Equipment finden Sie unten in der Videobeschreibung. Bevor Sie den Rechner im Raum 3.33 starten, stellen Sie sicher, dass er richtig verkabelt ist. Fahren Sie nun den Rechner hoch und loggen Sie sich ein. Schalten Sie das Grafiktablet ein, indem Sie ein paar Sekunden auf den Einschaltknopf am rechten Rand des Gerätes drücken. Öffnen Sie nun einen Browser und loggen Sie sich in Adobe Connect ein. Adobe Connect ist bereits als Startseite eingestellt. Wenn Sie nun eine Session öffnen, können Sie das Grafiktablet als einen für alle sichtbaren Monitor freigeben. Hier können Sie nun zum Beispiel eine Präsentation abspielen, während Sie die Oberfläche von Adobe Connect auf einem anderen Monitor bedienen. Mit dem Stift, welcher sich ebenfalls auf dem Tisch befindet, können Sie nun Notizen auf Ihrer Präsentation machen, die alle Studenten sehen können. Wenn Sie Ihre Notizen wieder weglöschen wollen, drehen Sie den Stift einfach um und verwenden Sie die Rückseite wie einen Radierer. Sollte der Raum 3.33 nicht frei sein oder wenn Sie Ihre Adobe Connect Session von zu Hause oder unterwegs abhalten wollen, können Sie den Adobe Connect Rucksack der Fachhochschule St. Pölten ausleihen. In diesem befindet sich ein Laptop, ein Grafiktablet, ein Standfuß für das Grafiktablet, alle nötigen Kabel, ein Headset und der Stift des Grafiktablets. Um nun eine Adobe Connect Session zu starten, verbinden Sie den Rechner mit dem Stromnetz. Stellen Sie das Grafiktablet auf den Standfuß und schließen Sie das Grafiktablet mittels Displayport und USB-Kabel an den Rechner an. Bei dem Stecker, welchen Sie am Tablet selbst anbringen, achten Sie bitte darauf, dass sich die beiden schwarzen Dreiecke displayseitig befinden. Verbinden Sie auch das Grafiktablet mit dem Stromnetz. Verbinden Sie zuletzt auch das Headset mit dem Rechner. Sie können nun den Rechner starten. Wenn der Rechner hochgefahren ist, schalten Sie das Tablet ein. Auch auf dem Laptop des Rucksackes ist Adobe Connect in den Webbrowsern als Startseite eingestellt. Loggen Sie sich also einfach ein. Einer mobilen Adobe Connect Session steht nun nichts mehr im Wege. Bis zum nächsten Mal.